ARD Text im Auftrag von Funk Schießt auf den Koffer, ja? Ja, ja, schießt auf den Koffer. Und die fallen vorne raus. Das ist nur, wenn die Magazine zu voll sind. So, S&T Shotgun, 20 Meter. Ich schieße jetzt im Dreischussmodus. Banane! Wetzge, aber... Manchmal... Ja, das ist genau das. Da springt das Fach auf, weil das nicht richtig einrastet. Da rutscht das Ding runter. So, Sechsschussmodus. 20 Meter. 30 Meter drin. Ach, das ist keine Hier wieder. Jetzt beim Malso entstand. Okay, und wieder einmal dritten in Taschen wir anticonsalmen. Spannende Musik Ist irgendwas abgefallen, haben wir es Kugeln, glaube ich, oder? Ja, das war nicht gut. So, erstmal passend einstellen, ohne Momento-Bufferhaut. Ich wollte einfach machen. Ja, machen wir. Kann ich? Hör mal. Jetzt merkt man den Wind, gell? Ja. Das war ziemlich gut, ne? Ja. 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 Rückschuss und schießt das auch ganz gut, gell? Mhm. Schönes Ding. Muss ich sagen. Schönes Ding. Ja. 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 So, ich schieße jetzt mal da links, geh mal mit, die dunklen Gebüsche da rein, siehst du das da? Quasi genau da. Ich weiß nicht, ob du da die Kugel fliegen siehst. Ich schieße das. Ich schieße das. Ich schieße das. Was sagst du, wie sie schießt so? Mega cool. Schießt ganz gut von der GWB. Würde ich sogar meine MP7 gegen eintauschen. Ja, kann ich verstehen. Ich nehme an, der Baum ist vielleicht 25 Meter oder 30 Meter weg. Und die trifft eigentlich relativ zuverlässig immer den Stamm, der nicht immer ganz Torsobreit ist. Aber geht schon. Ich desent dimensions. Ich schieße das. Schuss. Ich schieße das. Untertitelung des ZDF, 2020